Hallo Leute, willkommen bei Sky 4 TV. Heute zeigen wir euch, wie man eine Banane isst. Nikla, du kannst jetzt nicht mit Bananen kommen. Wir zeigen euch heute 3 Vorurteile gegenüber Schwarzer. Ey, kennt ihr das, wenn ihr auch weiße Kumpels sich einfach zu wohl fühlen und meint, die können jetzt einfach Nigger sagen? Nacht brutal. Wirklich. Digga, ich schwör, ich meine, mein, mein Digga, mein Digga, mein Digga, mein Digga, mein Digga. Okay Digga. Hey Digga, weißt du was ich hasse, Mann? Erzähl, Bruder. Immer wenn's dunkel wird, schreien die ganzen Weißen immer, wo bist du? Genau. Ist so. Hier bin ich. Sieht man mich jetzt? Nein, du bist schwarz. Wirklich jetzt? Ja. Ey, aber der hat Licht da. Doch, jetzt. Oha, wie nah muss der kommen, Alter? Jetzt ein Vorteil, was bestimmt jeder von euch kennt. Ey, Schwarzer kommt immer zu spät. Digga, das stimmt doch nicht, Mann. Ich bin immer möglich, Digga. Ach, Jura. Ey, Leeroy, wann kommst du? Ähm, ich seh dich doch schon. Du hast doch dein Telefon am Rohr, schwarzer Mantel. Digga, ich warte schon hier seit ein paar Stunden mit Auto. Ja, komm, behalt dich, Mann. Ja, bis gleich. Ich bin gleich da. Ich beeile mich, auf jeden Fall. Mann, diese Niggas kommen immer zu spät. Niggas? Ich nack nie wieder Niggas. Ey, warte. Wir müssen mal Abschied nehmen. Oh, shit. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Liken. Teilen. Und auf jeden Fall kommentieren. Aber das war's noch nicht, Leute. Das war's noch nicht. Nein. Nein. Okay. Was kommt noch? Auf jeden Fall. Komm im nächsten Video. Die ganze Crew. Die ganze Crew kommt. Und bleibt gespannt. Auf jeden Fall. So. Ciao. Das war's. SkyfallTV.